Möchtest du ein Sixpack oder willst du einfach nur wieder in dein Lieblingskleid passen? Ich bin der geilere von uns beiden. Ich bin der Typ, den hier alle zugucken, egal ob fett oder nicht. Willst du fünf, zehn oder mehr Kilo abnehmen? Ich kann mit Rumsitzen und Fett sein Kohle verdienen. Du auch?